Jo, was geht ab liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Call of Duty Modern Warfare Remastered. Keine Ahnung, Sir. Bravo 6, Sergeant Briggs hat gerade seinen Notsender aktiviert. Er ist einen halben Kilometer südwestlich. Over. Wir sind unterwegs. Bravo 6 Ende. Los geht's. Let's go. Bei bestem Wetter. Kontakt voraus. Feindliches Fahrzeug. Deal ist erledigt. Nice. Bewegung. Ich geh mal voraus, was euch keine Umstände macht. Feind in Sicht. Mhm. Dann hast du nur irgendwo im P. Ziel erledigt. What the fuck? Von wo? Autsch. Alles klar. Naja, es war jetzt kein Problem. Sie müssen Griggs in einem dieser Häuser haben. Da ist ein Zugang durch diese Kellertür. Wir gehen von dort aus, von Raum zu Raum. Aber Laser. Los geht's. Dann let's gooo. Raum gesichert. Dieses Stockwerk ist sicher. Auf zum nächsten. Hier ist auch alles gesichert, Jungs. Griggs ist nicht hier. Verstanden. Bei mir unten läuft auf mir. Verstanden. Da ist auch nicht. Grix ist nicht hier. So sieht es leider aus. Weiter zum Massen aus. Leise sein. Sehen wir mal. Psst. So, riskieren Sie einen Blick. The fuck? Oh shit. Ich hab gedacht, ich soll einen Blick riskieren. Und nicht, ich soll mich direkt hingeben. Ich могу nichts ausger multipfen. So, riskieren Sie einen Blick. Ich habe es gesehen von den B Come action. Die Sonne geht auf und was war die Zeit davon. Ist das das nächste Haus oder was? Ach das. Bin da jungs, wer noch? Stockwerke sichert, weiter die Treppe hoch. Briggs, setz sie nach. Hier rein, Jungs. Hier sind wir wohl richtig. Wir erreichen zum Eindringen. Jura, hier hoch. Wie geht's dir, Briggs? Alles gut? Wurde aber auch Zeit. Ich dachte schon, ihr Jungs würdet mich hier zurücklassen. Das habe ich zuerst auch vor, aber du hast das ganze in C4. Alles in Ordnung? Ja, ich kann gehen. Das ist ein Wunder. Ich sage, man kann wieder laufen. Jesus konnte die Blinden heilen. Wir konnten ihn zum Laufen bringen. Wir konnten die Symptome ausschalten, damit die vorrückenden Teams durch die elektrische Umzäunung brechen können. Feindlicher Helikopter. Ich bin dran, Jungs, ich bin dran, ich bin dran. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ladung platziert. Alle weg hier. Und... Explosion. Notstrom in 10 Sekunden. Okay, wir sind durch. Bravo 6, wir warten auf euch beim Sammelpunkt. Ende. Roger Deep Drive, wir sind auf dem Weg. Ende. Mach diesen Zaun auf. Ach da seid ihr. Ah ja, ich hatte gute Gas. Das ist doch nicht immer sowas. Das ist doch nicht immer sowas. Ja, wo sollen wir hier dann irgendwas durchkämmen? Ach da durch. Gib mir Feuerschutz. Ihr sollt mir lieber Schutz geben. Weitliche Infanterie nordwestlich. Ah, da ist nicht du. Was ist denn auf die Läge gekommen? Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir, links von mir, rechts von mir, links von mir, links von mir, rechts von mir, ich hab keine Ahnung. Shit, 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 shit. Oh shit. Das ist mit Ansage. Shit. Fuck. Splinter-Garnate. Die sind wahnsinnig down, Alter. Bist ganz schön hartnäckig, weißt du das? What the f- What the f- Find erledigt. What the f- Fuck, 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 fuck. Die hat es. Fuck. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Ich hab keinen Plan wo, ehrlich gesagt. Splittergranate! Das ist einer von uns. Ich geh mal nach oben. Den Dimm dü-dü-dü-dü-dü! The fuck? Du bist gell Scheiße, da kann ich nicht durchschießen Du bist tot Love bitch Du bist tot Du bist tot Du bist tot In you go Got it Where are they actually going? Jesus Christ There he is Oh Oh These grenades are crazy What the fuck? His ability I really like What the fuck? What the heck? What the heck? Not today What the fuck? Thanks for coming out Where are we going? What the fuck? See it Guys Just Du hast das Gefühl mein Team arbeitet gegen mich statt mit mir Wtf Wtf war das? Alter, wie krass war das denn gerade? Da hat irgend so ein Geräusch gehört, ich weiß nicht ob ihr das mit gehört habt Ich glaub das hier nicht Wtf lebt der denn noch? Wtf lebt der denn noch? Wtf 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 ich bin geflasht ihr wichser ich kann wieder sehen ich bin geflasht 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 Captain Captain